Während an den Notenbanken noch überlegt wird, wird an den Märkten schon gefeiert. Naja gut, also wollen wir mal gucken, was die Notenbanken da so zurechtlegen, im Speziellen die FED insbesondere. Zwar sind diese Woche noch zwei andere dran, wir haben es im Wochenausblick überlegt, die japanische und auch die chinesische. Aber ich sage es mal ganz ehrlich, aktuell ist der Blick nach Amerika gerichtet. Alle warten darauf, dass die FED morgen endlich ihren Zinsschritt verkündet, in welcher Höhe auch immer. Und es scheint so, als ob die Märkte das schon jetzt feiern. Denn man könnte durchaus ein bisschen zurückhaltend sein, man könnte durchaus abwarten, was wird da jetzt verkündet. Aber scheinbar sind die Marktteilnehmer sich da schon sehr einig, so schlecht kann es nicht sein. Wie sieht es denn aktuell aus? Wir werfen mal einen ganz kurzen Blick, bevor wir auf die Märkte gucken, auf die 3-Monats-T-Bills, die Treasury-Bills. Die sind im Moment mit 4,86 mittendrin, sogar schon leicht unter der Mitte in der Range 4,75 bis 5. Und damit sollte die Frage längst geklärt sein, ob das morgen 25 Basispunkte oder 50 werden. Ich glaube, da sollten sich alle einig sein, der Markt hat da schon entschieden. Und ich sehe ehrlich gesagt im Moment nicht, dass die FED dagegen aufbegehren will, was der Markt hier macht. Also insofern scheinen die Marktteilnehmer sehr davon auszugehen, 50 Basispunkte und das Ganze auch nicht negativ zu finden. Im Gegenteil, den nächsten Anstieg. Das sieht ja danach aus, als ob wir jetzt hier quasi die Pause schon hatten. Vielleicht das Pandor zu dem, was wir hier vorne hatten. Und jetzt dann der nächsten Anstieg. Na gut, wollen wir mal gucken. Ich habe das hier gestern schon mal vorweggenommen als eine Möglichkeit, dass wir hier vorne so einen ersten Anstieg. Dann war da vorne die Pause. Hier hinten gerade die aktuelle Pause noch mal einmal hoch. Dann allerdings fände ich eine Pause durchaus größerer Natur gar nicht so schlecht, um es mal so zu sagen. Auch kein Drama, sondern einfach nur, dass wir quasi diesen starken Anstieg, den wir jetzt hier hatten von Anfang September, also diesen Anstieg, den wir dann hier hatten, dass der dann irgendwann korrigiert, also irgendwie da so zurückgeht. Ich habe noch keine Ahnung, wo das hoch ist. Kann sein, dass es morgen sogar noch einen Schuss nach oben gibt. Das heißt, dass diese Strecke noch länger ist. Aber wo auch immer dieser Hochpunkt liegt, anschließend ein Rücksetzer korrektiver Natur wäre also alles andere als absonderlich und würde dann eben in der Nachfolge dann neue Anstiegs- oder Einstiegsmöglichkeiten entsprechend da bieten. Aktuell für die Intraday-Freunde, ja, es geht offensichtlich noch weiter nach oben. Allerdings so ganz deutlich ist es nicht. Also im Ergebnis schon, aber in der Art und Weise, wie hochgelaufen wird, dann zwischendurch auch mal nicht. Also wir sehen, dass wir hier gestern ja doch noch ganz schönes Gewackel hatten. Heute dann allerdings seit heute Morgen eigentlich relativ Klarheit. Nur hier hinten ist gerade ein bisschen Päuschen. Vielleicht bietet sich diese Pause auch an, um nachher da einen Trade draus zu machen. Wie immer dienstagsabends bin ich im Live-Trading ja bemüht, dort eine Trading-Situation aus der aktuellen Marktsituation rauszulesen. Wenn ihr das mit mir gemeinsam angucken wollt, wenn ihr mich schwitzen sehen wollt, vielleicht findet ihr da was. Wenn ja, was? Wie geht ihr damit um? Dann schaut euch das gerne gemeinsam mit mir an. Heute Abend um 18.30 Uhr den Link, wie immer, am Ende dieses Videos. Also wartet bis ganz ans Ende. Und ich werde es unten als erstes Feedback ebenfalls nochmal reinschreiben, als ersten Comment, damit ihr das Video dann auf jeden Fall auch findet. Also nicht das Video, sondern heute Abend, wenn ihr wollt, live dabei sein könnt. Oder zumindest die Aufzeichnung euch dann anschaut. So, also insofern, wenn ich den Nasdaq angucke, hat man nicht den Eindruck, dass da große Panik ist. Obwohl eigentlich die Vorgaben aus Asien heute gar nicht so doll waren. Muss man allerdings dazu sagen, die Chinesen waren heute gar nicht da. Die Japaner waren gestern nicht da, hatten also dann noch einiges wegzumachen. Die Tech-Titel waren alle erstmal runtergegangen. Aber Nasdaq ist wieder guter Laune. Wir sehen heutige Tageskerze bisher zumindest mal grün. Und die Überlegung, ob dieses Pausending hier jetzt schon überwunden ist und wir dann noch ein bisschen weiter hoch gehen. Also vorläufig aufwärts. Aber rechnet damit, dass wir auch innerhalb dieser Aufwärtsbewegung irgendwann mal eine Pause bekommen. Die fände ich dann auch herzallerliebst, um nochmal neue Einstiege zu finden. Also seid nicht zu übermütig im Sinne von, das muss in einem Stück jetzt klettern. Wartet auf kleinere Rücksetzer, wenn ihr die findet, für Einstiege. Ich zumindest mache das so. Wohlweislich, dass ich manchmal einen Einstieg auch verpasse. Aber es gibt mir einen besseren, nochmal eine höhere Sicherheit, dass ich verstehe, wo der Markt da gerade ist. Und das ist mir das durchaus wert. Also so richtig deutlich, wenn ich das hier angucke, sieht das nicht aus. Die Intraday-Händler werden vielleicht jetzt hier auf dem hinteren Arm nochmal gucken. Na ja, Schub hoch, wackelig runter. Voraussetzung für weiter steigen, gar nicht so schlecht. Also der Trend insgesamt geht nach oben. Das letzte Teilstück, Schub hoch, klar wackelig runter. Ich will jetzt nicht noch im Minuten-Chart runter. Das ist dann jetzt eure Aufgabe. Aber es sieht sehr viel danach aus, als ob wir in den aktuellen Stunden sehr bullisch sind. Und wenn die FED morgen nicht super enttäuscht, die Marktteilnehmer nehmen es offensichtlich schon ein wenig vorweg, dass es doch eigentlich eine gute Nachricht ist, die wir da morgen zu erwarten haben. Sinkende Zinsen lassen gerne die Märkte steigen. Also, die Zinsen sind schon gesunken. Wenn die FED jetzt nicht ankündigt, dass sie dagegen vorgehen will, indem sie die Range etwas höher wählt und dann sagt, da müssen wir was tun, dann ist eigentlich die Chance ganz gut, dass das noch weiter nach oben geht. Das gleiche gilt für den S&P im Wesentlichen. Da fehlt nur so ein bisschen von der Größe. Da würde ich jetzt, wenn ich hier mal im 4-Stunden-Chart gucke, diese Pause, die wir hier gestern hatten, eher fast dieser Pause hier zuschreiben. Das heißt, eigentlich bräuchten wir früher oder später noch mal eine Pause dieser Größe in etwa. Also, das Teilstück fehlt noch. Vielleicht kriegen wir das dann zufällig morgen, dass die Marktteilnehmer doch ein bisschen dann hibbelig werden. Aber auch Pausen dieser Größenordnung, wenn sie kommen. Das ist mal eine Pause. Aber das ist nicht ein Hinweis dafür, dass der Markt dann kollabiert, sondern einfach nur, dass er sagt, ja, okay, dann machen wir mal kurz Päuschen und anschließend klettern wir weiter. Ja, nichtsdestotrotz, auch hier, ähnlich wie beim Nasdaq, kommt dann später sicherlich dann auch noch mal eine Pause größer. Aber ihr seht schon, der Rhythmus ist der gleiche. Große Pausen, kleine Pausen. Ja, dann wäre das gerne ein 5 Weller hoch, wieder eine Pause und wir hätten immer wieder Einstiegsmöglichkeiten für die Longseite. So zumindest deutet sich das aktuell an. Ihr seht, ich lobe den Markt in höchsten Tönen. Gibt es denn überhaupt gar keine Gefahr? Ja, naja, die gibt es schon. Und viele sagen dann immer, ja, du kannst doch jetzt nicht zurückrudern, nachdem du das so toll angekündigt hast, dass die Märkte nur nach oben gehen. Naja, wir wissen alle nicht, was passiert. Und deshalb muss ich immer wissen, vorsichtig, wie müsste es aussehen, damit ich nicht glücklich bin? Idealerweise kommt das dann nicht. Aber wenn es kommt, möchte ich ja vorher schon Bescheid wissen, was hässlich wäre und was nicht. Und hässlich wäre etwas, was möglichst scharf runter geht, was korrektiv nach oben. Nur scharf runter reicht nicht. Aber wenn es scharf runter geht und korrektiv anschließend nach oben, dann ist sehr schnell der Verdacht, dass das erste Teilstück da hinten nochmal passiert. Und dann muss ich mir Gedanken machen, wäre mir diese Tiefe, diese Erwartungstiefe hier unten, wäre die mir zu tief für ein bullisches Bild oder nicht? Alles, was so in den typischen Rücksetzerbereich, ich male mal wieder so ein Fibo rein hier. Ja, also so ein Rücksetzer in diesen klassischen Fibo-Bereich. Also ich weiß noch nicht den Hochpunkt, deshalb habe ich den da oben mal hinterfantasiert. Alles, was Ziele hier hat und was entweder sehr wackelig runter geht oder von mir aus auch Schub, Pause, Schub runter geht, wäre immer noch ja korrektiv möglich und böte eben Anstiege, die noch weiter nach oben gehen. Aber ich möchte nicht, dass ich hier oben schon erkennen kann, dass meine Ziele eigentlich unterhalb der Kiste liegen oder im schlimmsten Fall unter der 78er. Denn dann kann ich oben schon abschätzen, ui, das geht noch tiefer. Aber ihr seht, so richtig begeistert bin ich für die Lösung noch nicht. Ich kann mir vorstellen, bis dahin reden wir nochmal morgen vor der Fettzinsentscheidung ja sowieso. Insofern ist das jetzt noch eher akademisch, damit wir wissen, okay, okay, solange es nicht so aussieht, ist alles noch safe. Auch mal ein Rücksetzer auch erlaubt, aber im Moment jetzt wohl nicht das vorrangige Thema, was der Markt da gerade spielt. Dow Jones ebenfalls wieder vier Charts übrigens. Für alle anderen, die jetzt das eben gesehen haben, es ist immer der gleiche Index, den wir hier angucken. In dem Fall jetzt der Dow Jones Dezemberkontrakt, den wir hier haben, immer hier oben links am längsten Tag, vier Stunden und hier nochmal fünf Minuten. Das Grundprinzip, wenn das jetzt wieder wackelig runterkommt, auch hier nochmal ein Long-Einstieg. Also das ist nahezu immer das Gleiche. Wenn man es nicht gut erkennt, dann mache ich ja auch mal nichts. Aber wenn ihr es gut erkennen könnt, ist alles gut. Tageskerze sieht super aus, klettert noch alles. Vier Stunden Kerze sieht alles wunderbar aus. Es gibt jetzt keine Indikation, dass der Markt keinen Bock hat. Und wie gesagt, in der Erwartungshaltung, dass es wohl ziemlich deutlich nicht irgendwie schwach zu erwarten ist oder schwächer zu erwarten ist von der Notenbank. Also 50 wird es wohl werden und der Markt feiert das Ganze. Ich glaube, das kann man so im Raum mal stehen lassen, dass das eher positiv im Moment aufgenommen wird. Was wäre eigentlich, wenn sie doch nur 25 Basispunkte machen? Das fände ich fast schon gefährlicher. Da hätte ich fast den Eindruck, dass die Marktteilnehmer enttäuscht sind. Also wenn das doch passieren sollte, ich sehe zwar noch nicht irgendwie, wie sie es machen können, dann müssten sie auch wirklich dafür sorgen, dass die Zinsen wieder klettern, also der Marktzins wieder klettern. Denn da ist ja ein gewisser Zusammenhang zwischen dem Marktzins und dem Fettzins. Anders als bei den anderen Notenbanken, die die Zinsen festlegen, legt die Fett die Zinsen eigentlich nicht fest. Das ist ein Irrglaube, dass die, die in Zinsentscheidung fällt, die entscheidet höchstens darüber, wo sie den Zins gerne hätte. Das ist anders als bei den Notenbanken, jetzt zum Beispiel bei der EZB. Die sagt knallhart, genau da liegt der Zins. Punkt. Basta. Die Fett macht das nicht. Die gibt eine Range an, wo sie sagt, eigentlich wäre mir ganz lieb, wenn der Zins da wäre. Natürlich kann die Notenbank versuchen, den Zins zu manipulieren, aber sie muss es dann tun. Das heißt, sie müsste aktiv werden. Insofern, anders als viele davon ausgehen, wenn die Notenbank jetzt morgen um 50 Basispunkte senkt, ihre Range, ist das eigentlich ein Zeichen, dass sie nicht aktiv werden will. Viele sagen, ja, dann ist sie besonders aktiv gewesen. Eigentlich ist das ein Trugschluss. Denn das bedeutet eigentlich, dass die Notenbank sagt, nee, wir wollen keine Aktivität. Ihr mit dem Markt, ihr kriegt das schon hin. Ihr habt euch ja entschieden, wo der Zins aktuell ist. Wir wollen gar nicht groß was machen müssen. Würde die Notenbank einen anderen Zinsschritt machen, dann müsste sie aktiv werden, um den Markt dazu zu bringen, eben auch wieder in diese Range reinzulaufen. Sprich, über Anleihenkäufe versuchen, den Preis so zu manipulieren, den Anleihenpreis so zu manipulieren, dass der Zins dahin geht, wo die Notenbank ihn gerne hätte. Also, senkt die Notenbank morgen die FED um 50 Basispunkte, ist das eigentlich ein Zeichen von wenig Aktivität. Nur wenn sie es nicht macht, dann ist es ein Zeichen, hey, Leute, wir werden gleich noch aktiv werden. Müssen wir, sonst ist der Zins woanders, wo wir ihn gerne hätten. Also, vielleicht ein bisschen mal anders aufzufassen. So, dazu gibt es aber morgen mehr. Werde ich morgen kurz vor der Zinsentscheidung noch mal was dazu sagen. Wenn ihr wollt, gebe ich euch einen Link. Morgen dafür müsst ihr euch jetzt nicht merken. Mittwochs sprechen wir da immer ganz gerne noch mal drüber, gerade vor so einer FED-Zinsentscheidung. Heute allerdings ist das erst mal noch nicht Thema. Also, Bullish auf allen Märkten kann man sagen. Das ist auch beim Russell nicht groß anders. Auch der schießt in die Höhe. Es gibt auf Tagesebene einen Riesenanstieg. Ja, ich hätte mir eigentlich was Wackeliges gewünscht nach dieser Abwärtsbewegung. Aber wenn das nicht wackelt, dann ist halt die bullische Seite vorläufig die richtige. Und da hat sich jetzt nichts dran geändert. Irgendwann kommt so ein Rücksetzer. Den fände ich dann wieder klasse für Einstiege. Es sieht also vorläufig so aus. Als ob die Märkte die bullische Seite ganz klar bevorzugen. Und dass es da weiter nach oben geht. Und der DAX, ja, der scheint da so ein bisschen mitzumachen. Wobei der heutige Tag, auch schon der gestrige eigentlich, so ein bisschen, ja, so viel hat sich da nicht bewegt. Also, wir sehen schon, dass die DAXianer das so ein bisschen vorsichtiger sehen. Da also nicht ganz so tapfer mitlaufen. Das ist jetzt der DAX auf Tagesbasis. DAX Future hier genau genommen. Sehen wir schon, das ist mehr so ein bisschen Auslaufmodell. Das ist jetzt keine Ankündigung, dass dieser Rücksetzer kommt. Das wäre jetzt schön, wenn ich das schon wüsste. Dann könnte ich jetzt schon aktiv Short gehen. Ich würde mir das eigentlich wünschen. Nicht aus Boshaftigkeit. Aber dann hätten wir wieder einen tollen Anstieg. Ein klar korrektives Muster. Und eine Fortsetzung anschließend nach oben fände ich wieder mega. Ja, also dann hätten wir das, was wir hier vorne hatten. Da hinten nochmal. Das fände ich eigentlich hervorragend. Aber im Moment sehe ich noch nicht, dass er runterkommt. Und wenn die US-Märkte so arg steigen, werden wir sehen, ob der DAX dann wirklich sich dagegen stemmt und fallen will. Immerhin haben wir hier, das ist schon fast das schwächste Zeichen der Umkehrkerze, die schon gerade so getriggert ist. Naja, ob man da jetzt zwingend Short gehen muss, ist mal so eine Sache. Es ist aber eine klassische Umkehrkerze und der Verdacht besteht, vielleicht dreht das da doch. Allerdings entgegen dem amerikanischen Markt. Und wenn ich mir das hier im Nahkampf, auch so schlecht ist das nicht. Naja, vielleicht auch etwas, was sich heute Abend nochmal für einen Trade anbietet. Hier allerdings ein bisschen anders. Also, das kann ich mir vorstellen. Der DAX nachher noch spannend. Ihr könnt selber schon mal gucken, wenn er nach diesem relativ starken Rücksetzer, den wir hier hatten, eine ABC-Korrektur macht. Würde mich nicht wundern, wenn er sogar nochmal eins tiefer geht. Das gucken wir uns nachher auf jeden Fall nochmal an. Wir werden also viel im 5-Minuten-Chart nochmal gucken. Also gerade auf den Intraday-Ebenen oder vielleicht auch ein bisschen übergeordnet. Denn es gibt da den einen oder anderen Markt, den man durchaus im Blick haben sollte. Damit ihr die Veranstaltung auch findet, heute Abend 18.30 Uhr. Der Link jetzt hier in der Endcard und unten runter als ersten Komment. Schön, dass ihr mit mir den Märkten angeguckt habt. Feiert ein bisschen die gute Marktlaune. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.